Ich bin Anita Farke und spreche die ExodaBlog News. Steinmeier unterzeichnet neues Klimaschutzgesetz. Kritik an dem Gesetz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute das neue Klimaschutzgesetz unterzeichnet, das als wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel gefeiert wird. Das Gesetz sieht vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird und strengere Emissionsvorgaben einhält. Trotz des feierlichen Anlasses gibt es viele kritische Stimmen, die den tatsächlichen Nutzen und die Umsetzung des Gesetzes infrage stellen. Die Eckpunkte des Klimaschutzgesetzes enthalten einen detaillierten Plan zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in verschiedenen Sektoren wie Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. Die spezifischen Ziele dieser Sektoren sollen alle fünf Jahre überprüft und angepasst werden. Das Gesetz enthält zudem Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und Verbesserung der Energieeffizienz. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, hat darauf hingewiesen, dass die hohen Kosten der Umstellung für viele kleine und mittelständische Unternehmen kaum zu bewältigen sind. Es gibt auch kritische Stimmen aus anderen Bereichen. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Vertreter der FDP und AfD argumentieren, dass die Maßnahmen zu wenig durchdacht und potenziell ineffektiv sind. Die Bürger fordern eine genauere Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen sowie flexiblere Ansätze, um die Ziele zu erreichen. Für die Bürger bedeutet das neue Klimaschutzgesetz sowohl neue Chancen als auch Herausforderungen. Auf der einen Seite könnten durch Förderprogramme Anreize zur Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen werden, was langfristig auch Einsparungen bei den Energiekosten bedeuten könnte. Auf der anderen Seite wird befürchtet, dass durch die Einführung neuer Regelungen und Standards die Lebenshaltungskosten steigen könnten. Besonders Familien mit niedrigem Einkommen könnten hiervon betroffen sein. Fazit Unabhängig von Lob und Kritik steht fest, dass das neue Klimaschutzgesetz einen weitreichenden Einfluss auf viele Bereiche des deutschen Lebens haben wird. Wie erfolgreich die Umsetzung sein wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter die effektive Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wirtschaft und Bürgern. Klar ist jedoch schon jetzt, dass das Gesetz einen wichtigen Anstoß für den dringend benötigten Klimaschutz gibt. Autor Anita Farke Julie24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.